Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Nora und heute zeige ich dir, wie du wiggeln kannst. Legen wir gleich los. Wir werden uns ein bisschen auch Beine weit auseinander, die Hüfte rechts und links kippen. Genau, schön locker. Super. Das Wichtigste ist, dass du locker bleibst, sonst wackelt da auch gar nichts, ja? Okay, und die Knie beugen. Locker nach unten, bouncen. Wir müssen unbedingt ganz gut die Beine aufwärmen. Das wirst du gleich merken, warum. Und rechts, links. Schon locker? Genau. Oberkörper auch locker lassen. Genau. Wenn man schön weite Sachen anhat, ist es ein bisschen einfacher. Je enger die Kleidung, desto anstrengender, desto wackelt. Und nochmal die Hüfte. Rechts, links. Sehr schön. Wir machen kreisende Bewegungen, damit wir das Becken aufwärmen können. Und vorne, seit, hinten, seit. Vorne, seit, hinten, seit. Und versuch wirklich schöne, große Kreise zu machen. Super. Weiter geht's. In die andere Richtung. Und vor, seit, rück, seit. Untere Wirbelsäule aufwärmen. Und ein bisschen größer. Rum und rum. Die letzten. Drei, zwei, einer. Und biegen. Rechts, links. Genau. Die Knie gebeugt, wie schon gesagt. Schön stabil im Boden stehen. Und Becken. Vor, zurück. Schön kippen. Das ist auch super Bauchmuskeltraining. Schön anspannen vorne. Vor, zurück. Und jetzt komm ein bisschen tiefer. Vor, zurück. Ich zeig's dir gerne von der Seite. Ran, raus. Ran, raus. Vor, ziehen. Genau. Genieß die Bewegung. Schön mit Spannung. Und vor, zurück. Genau. Die letzten zwei. Super. Letztes Mal. Okay. Wir bleiben hier in der Mitte. Und zurück. Ziehen. Spannen. Ziehen. Spannen. Ziehen. Du musst hinten anspannen. Den unteren Rücken. Genau. Und jetzt schön mit Kraft, als wolltest du mit deinem Riesenpo jemanden wegschmeißen. Genau. Man kann das auch sehr gut üben. Glas Wasser hinstellen und immer wegkicken. Kick. Und noch zwei. Und einer. Dasselbe machen wir nach vorne. Da musst du dich ein bisschen aufrichten. Du gehst vor. Spannst die Po-Backen an. Und Mitte. Vor, Mitte. Vor, Mitte. Durch die zackige Bewegung fängt der Po an zu wackeln an. Auch die Beine natürlich. Vor, zurück. Vor, zurück. Wir gehen nochmal nach hinten. Vorgebeugt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. So kann man sogar jemanden umbringen, wenn man ein paar Mal reinhaut. Vor. 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 Vier. Drei. Zwei. Eine Runde machen wir noch. Ja, ihr merkt das bestimmt schon in den Beinen. Alles schön anstrengend. Und vier. Drei. Zwei. Einer. Vier. Drei. Zwei. Einer. Und locker laufen. Dreh dich wieder zu mir. Die Beine entspannen. Okay. Super. Dann fangen wir gleich an. Du bist gut aufgewärmt. Hoffentlich in der Hüfte. Es geht mit Breitbeinen los. Knie sind gebräut. Und du hüpfst nur. Kreuzen. Auf. Kreuzen. Auf. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Kreuz. Auf. Kreuz. Auf. Immer das Bein, was vorne ist, ist derselbe Arm oben. Und links kreuzen. Linker Arm runter. Rechts vorne. Rechter Arm runter. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Hopp. Ab. Hopp. Ab. Wenn es geht, den Oberkörper so ein bisschen mitschwingen, dass es schön locker aussieht. Los geht's. Und hopp. Ab. Hopp. Ab. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Hopp. Ab. Hopp. Ab. Von hier gehst du tief. Und wir haben die Hüftkreise ja schon gemacht. Jetzt kommt Brustkorb dazu. Du machst großen Kreis. Je größer, desto besser. Und um. Und rum. Okay. Bisschen schneller die Kreise. Das ist fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ja. Fünf. Sechs. Ab. Hüpfen. Los geht's. Links vorne. Rechts vorne. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Mal so kleine Bewegungen. Während des Kreisen. Bisschen tief. Und bisschen hoch. Okay. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Ab. Auf. Ab. Kreis. 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 Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Ab. Auf. Ab. Kreis. 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 Schön schnell kreisen. Da fängt der Po auch schon langsam mal zu wackeln an. Ja. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Zug. Auf. Zug. Kreis. 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 Super. Einmal noch. Und dann gehen wir weiter. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Zug. Auf. Zug. Und Kreis. 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 Okay. Von hier tappst du einmal. Ich zeige mir die Beine erstmal. Linkes Bein. Tapp. 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 Bleib schön stabil in den Boden. Ja. Tapp. Drei. Zwei. Vier. Tapp. Bewegung. Und du machst eine Vierteldrehung zur Seite. Okay. Jetzt die Hüftbewegung dazu. Wir kicken den Po nach hinten. Wisst ihr noch, was wir beim Aufwärmen gemacht haben? Mit jemandem totschlagen? Du gehst Schritt zurück. Schritt zurück. Mit dem Schritt gehst du rein. Raus. Rein. Raus. Nochmal. Und hier schön stabil. Und raus. 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 Das ist das einfache Tempo. Wir machen es jetzt doppelfach. Das heißt, du gehst shake, 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 shake. Bei jedem Schritt zweimal den Po nach hinten schmeißen. Ja. Los geht's. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Nehmen wir schön nach hinten. Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Der Po ist schneller als der Fuß. Von vorne. Sechs. Sieben. Achtung. Achtung. Zug. Auf. Zug. Und reiß. 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 Und shake. 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 Immer schön in den Boden rein stampfen. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Zug. Auf. Zug. Groß. 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 Shake. One. Two. Three. Four. Sehr schön. Versuch mal die Arme einfach locker zu lassen. Es sind keine explizite Bewegungen. Aber immer so, dass du nie den Po abweckst. Nicht hier. Da sieht man die Introbatteile natürlich nicht. Ja. Einmal noch. Dann geht's weiter. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Ab. Auf. Ab. Kreis. 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 Shake. 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 Hier angekommen. Hüpfen wir nach hinten. Hopp. Viermal auch. Das kann man sich gut merken. Hopp. Du holst immer Schwung aus den Knien raus. Und wenn du zurückkopfst, machst du wieder diese Po-Bewegung nach hinten. Nochmal. Zurück. Und der Po knickt nach hinten. In den Hohlkreuz reinknicken. Und das Ganze viermal. Fünf. Sechs. Wir machen es langsam. Und hopp. 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 Und durch das Stampfen in den Boden fängt der Po an zu wackeln. Okay? Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Hopp. 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 Passt? Dann gehst weiter. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Hopp. 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 Der vordere Arm ist vorne. Und du gehst. Hopp. Dass man wieder den Po nicht abdeckt. Also auch immer so. Po-Klapsal. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Vier. Drei. Zwei. Einer. Hier angekommen. Kommt eine Welle nach unten. Nochmal. Du tauchst durch. Als wäre hier irgendwas, wo du durchtauchen willst. Wie beim Schwimmen. Und bleibst hier. Und dann kommt hier Popo-Wackel. Und zwar, jetzt gehst du mit der Hüfte nicht vor-zurück, sondern rechts-links. So ist die Bewegung. Du bist noch vorgebeugt. Je tiefer du gehst, desto anstrengender wird es, währenddessen in den Po zu wackeln. Also such dir die Stelle aus, wo du am besten wackeln kannst. Wenn es hier oben ist, ist es auch okay. So tief gehen wie möglich. Und fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Rechts-links-liegen. Abhüpfen. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Hopp. 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 Welle. Die Beine durchstrecken. Und wackel. 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 Einmal noch. Und dann legen wir von vorne los. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Eins. Zwei. Drei. Vier. Welle. Und. Ja, genießt das Wackel. Und vorne. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Hopp. Hopp. Ab. Kreis. 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 Shake. 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 Und rück. 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 Und Welle. Und rechts-links. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Sehr schön. Sieht gut aus. Nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Hopp. Ab. Hopp. Ab. Und Kreis. 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 Und one. Two. Three. Four. Hopp. 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 Und Welle. Und Shake it. Super. Einmal noch. Und dann machen wir weiter. Okay? Fünf. Mit Musik. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Ab. Auf. Auf. Ab. Kreis. 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 Und. Shake it. Hopp. 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 Welle. Off. Schön. Als wolltest du mit dem Schwanz wellen. Rechts. Links. Rechts. Links. Ja? Wir schließen das Bein hier vorne. Und Oberkörper geht tief. Von dieser Position. Du schaust hier nach oben. Tief knicken. Rechtes Bein ist gebeugt. Und es geht hier. Links. Rechts. Links. Rechts. Ja? Und hier. Vorderes Bein schließt dran. Und wechselt. 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 Ja? Ihr merkt schon, wie das überhaupt in den Boden stampfen bringt den Po zum Wacken. Ja? Nochmal. Fünf. Welle. Schwanz wedeln. Schwanz wedeln. Schließen. Knie. 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 Und währenddessen kommst du nach oben. Hier kommt eine Welle. Vor. Und du gehst mit Hüftkreisen nach unten. Hüftkreis. 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 Und hinten absetzen. Nochmal. Welle. Schwanz wedeln. Schließen. Knie. 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 Haare zurück. Tief. 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 Hüftkreis. Tief. 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 Und den absetzen. Sehr schön. Wir machen das Ganze von vorne. Fünf. Sechs. Sieben. Auf. Ab. Auf. Ab. Kreis. 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 Und dreh. Drehen. 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 Und hopp. 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 Und Welle. Wiggle. Wiggle. Schließen. Knie. 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 Haare zurück. Tief. 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 Nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Ab. Auf. Ab. Und Kreis. 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 Und check. Check. Und hopp. Sehr schön. Und wiggle. Schließen. Knie. 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 Haare zurück. Und tief. 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 Unten ankommen. Hier angekommen. Noch ein kleines Stück. Du kickst mit dem Po wieder nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Und wenn es geht, schön schnell. Booty Shakes. Fünf. Sechs. Sieben. Lockern. Shake. 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 Und lockern. Einmal noch. Shake. 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 Und lockern. Sehr schön. Gut. Machen wir von vorne. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Hopp. Ab. Hopp. Ab. Kreis. Und. Hopp. Vier. Drei. Zwei. Einer. Welle. Und wiggle. 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 Schließen. Knie. 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 Welle. Tief. 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 Und. Shake. Take. Shake. Shake. Sehr gut. Noch mal. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Ab. Auf. Ab. Kreis. Und. Hopp. Welle. Shake. Schließen. Und. Knie. 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 Und. Kreis. 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 Wiggle. 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 Sehr schön. Ich hoffe, du hast noch Spaß dabei. Wir werden das ein paar Mal durchtanzen, damit du dir das schön merken kannst und beim nächsten Clubbesuch, dass du dich umsetzt. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Ab. Auf. Ab. Kreis. Oh. Shake it. Hopp. Welle. Wiggle. Schließen. Knie. 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 Tief. Yes. Nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Auf. Ab. Auf. Ab. Shake it. Hopp. Welle. Wiggle. Schließen. Knie. 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 Und Welle. Tief. Shake it. Super. Genau. Wir machen das noch ein letztes Mal und versuchen locker zu bleiben. Die Arme locker und natürlich mitzunehmen. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Letztes Mal. Auf. Ab. Gib alles. Fünf. Sechs. Sieben. Achtung. Shake it. Hopp. Welle. Wiggle. Knie. 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 Tief. 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 Shake. Bleib mal hier unten. Genieß es. Fünf. Sechs. Sieben. Schön, dass du mitgemacht hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.